Was nass wird da vorne oder nicht sagen, dass meine Nase läuft oder irgendwelche gelbe Flüssigkeit aus meinem Hals rauskommt, aber ich spiel ja trotzdem auch mit Schweinegrippern. Kein Problem. Scheiße. So. Das nächste Stück ist für die richtig Alten hier. Ab 45 aufwärts. Okay. Was? Cry, cry, cry? Why, why, why? Da kommen wir auch noch hin. Aber zuerst kommt mal zu der Grundgedanke, wie es anfing, uns bei Michael Seidheim in Offenburg tätowieren zu lassen. Tattoo. Das ist meine Sch demands. Ich treme mich. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020